Nun darf ich begrüßen den Abteilungsleiter im Bundesamt für Naturschutz und Außenstellenleiter in Leipzig, Herrn Matthias Herbert. Schön, dass Sie da sind. Danke. Ja, das Bundesprogramm Biologische Vielfalt feiert in diesem Jahr zehnjährigen Geburtstag. Was können Sie denn uns darüber berichten? Was ist in den letzten zehn Jahren passiert? Ja, Frau Goss, erst einmal zunächst vielen Dank, dass ich als Vertreter des Bundesamtes für Naturschutz hier sein darf. Leben Naturvielfalt, das Bundesprogramm, wir haben es hier im Logo. Die Förderrichtlinie wurde im Februar 2011 veröffentlicht und ist das größte deutsche Förderprogramm für den Naturschutz. Das Bundesprogramm unterstützt die Umsetzung der nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt. Seitdem sind 120 Millionen Euro in das Programm, Bundesmittel in das Programm geflossen. Es sind mehr als 120 Projekte gefördert worden mit 314 Teilvorhaben. Und eins der Vorhaben, das nehmen wir uns heute besonders vor, das sind Tausende Gärten, Tausende Artens. Also auch ein Projekt, das aus dem Bundesprogramm Biologische Vielfalt gefördert worden ist. Gefördert werden Vorhaben, die eine besondere gesamtstaatliche Bedeutung haben. Und es gibt fünf Förderschwerpunkte. Das sind zum einen Arten, für die Deutschland eine besondere Verantwortung hat. Das sind Hotspots der biologischen Vielfalt, also Gebiete, wo die biologische Vielfalt besonders wertvoll ist. Das ist die Sicherung von Ökosystemleistungen. Das ist die Stadtnatur. Und das sind weitere Maßnahmen. Diese Maßnahmen sollen dazu beitragen, den Rückgang der biologischen Vielfalt zu stoppen und gleichzeitig auch zu Schutz, Pflege und Weiterentwicklung der biologischen Vielfalt beizutragen. Dazu zählen auch akzeptanzbildende Maßnahmen der Informationen, der Teilhabe, der Stärkung des gesellschaftlichen Bewusstseins. Ja, Sie haben vorhin einen Begriff benutzt, der heißt also Ökosystemleistung. Also könnten Sie das vielleicht noch mal genauer erklären? Ja, mache ich gerne. Wenn Sie sich vor Augen führen, mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung und drei Viertel der deutschen Einwohner leben in Städten und urbanen Verdichtungsräumen. Und in diesen Städten und in diesen Verdichtungsräumen wollen wir saubere Luft, sauberes Wasser, also Ökosystemleistung haben. Zu den Ökosystemleistungen zählt auch Lebensqualität, zählt Gesundheit, zählt Erholung im Wohnumfeld. Also alles Leistungen, die wir Menschen selbstverständlich jeden Tag in Anspruch nehmen. Und gleichzeitig gibt es eben ein ganzes Mosaik an natürlichen Lebensräumen sowie Arten, die in der Stadtnatur leben und die wichtig sind für unser Überleben und die sozusagen zum Teil sogar unter Schutz stehen. Die Stadtnatur wirkt also als grüne Infrastruktur, die unsere Städte und Gemeinden mit den Ökosystemleistungen versorgt und die unsere Städte und Gemeinden gleichzeitig auch widerstandsfähig gegen den Klimawandel macht. Und deshalb hat die Bundesregierung den Masterplan Stadtnatur verabschiedet und im Bundesprogramm Biologische Vielfalt einen Förderschwerpunkt Stadtnatur geschaffen. Haben Sie da mal ein Beispiel, mal so ein ganz konkretes Beispiel? Ja, also ein Beispiel haben wir ja schon, das behandeln wir heute und morgen. Also in der Stadt meine ich. In der Stadt, ja, das komme ich vielleicht darauf zu sprechen, weil wir ja in Erfurt sind. In Erfurt gibt es den sogenannten Pico-Park. Pico kommt von Piccolo, also kleine Parks. Das sind Parks, die in unmittelbarer Nähe von Wohnungen geschaffen werden und die dort als wohnungsnahe Freiflächen der Kommunikation, dem Naturschutz, dem Erfahrungstransfer zur Verfügung stehen. Die Wohnungsbaugenossenschaft Erfurt hat zwischen dem Moskauer Platz und dem Tasofioter Straße eine entsprechende Fläche zur Verfügung gestellt und den haben die Anwohner selbst gestaltet mit Insektenlisthilfen, mit Erdmännchen-Skulpturen, mit einem Mosaik-Salamander. Sie haben ihm also ihr eigenes Gepräge gegeben. Und das ist eben das Anliegen auch des Bundesprogramms Biologische Vielfalt, die Menschen mitzunehmen, dass sie mitmachen oder wenigstens mitdenken und dass wir so zu einer dauerhaften Sicherung der biologischen Vielfalt auch im Wohnumfeld kommen. Ja, später, viel später werden wir am Ende den Pico-Park auch mal erleben können. Also wer dran bleibt, der kann mal gucken, was dann da tatsächlich passiert. Das sind schöne Dinge. Gibt es noch irgendetwas für Sie, was Ihnen ganz persönlich wichtig ist? Ja, mir ganz persönlich wichtig ist, ich hatte es schon erwähnt, ist der neue Förderschwerpunkt Stadtnatur, der im Bundesprogramm Biologische Vielfalt geschaffen wurde. Der ist wirklich relativ neu und er fördert innovative Ansätze einer naturnahen Grün- und Freiflächengestaltung, eines ökologischen Grünflächenmanagements. Das soll also dazu beitragen, Natur für den Menschen erlebbar zu machen, sie besser kennenzulernen, mitzugestalten, sich aber auch zu begegnen. Und in diesem Förderschwerpunkt können auch kommunale Strategien zur biologischen Vielfalt gefördert werden. Und das ist das, was ich ganz besonders wichtig und schön finde, dass also auch der Einsatz von Biodiversitätsmanagern gefördert werden kann, die sich also ganz besonders intensiv um die Stadtnatur, um die biologische Vielfalt in der Stadt kümmern. Das heißt also, diese Biodiversitätsmanager werden dann auch die Menschen, also die normale Bevölkerung auch dahin führen. Und vielleicht eben auch für alle Generationen, also das hört sich wirklich ganz, ganz toll an. Ja, und also Sie sollen Erfahrungen austauschen, hinführen, unterstützen, in ganz verschiedenen Zusammenhängen tätig werden. Vielleicht noch eine abschließende Information, nähere Informationen zum Bundesprogramm und zum Förderschwerpunkt Stadtnatur halten Sie unter www.biologischevielfalt.de, ein Wort. Und außerdem findet am 13. September 2021 eine digitale Informationsveranstaltung zum Förderschwerpunkt Stadtnatur statt. Sehr schön. Ich danke Ihnen, dass Sie da waren und wünsche Ihnen viel, viel Erfolg weiterhin in Ihrem Tun. Und ich glaube, ja, das wird die Zukunft sein. Ich danke Ihnen, Herr Herbert, dass Sie da waren. Danke Ihnen, Frau Goss. Danke.